Das Gefühl von Scham kennen wir doch alle, oder? Also ich habe immer wieder Situationen, wo ich am liebsten im Erdboden versinken würde. Und was ist? Ich ziehe dann natürlich alle Blicke auf mich. Brauchlos! Aber irgendwie komme ich da immer wieder raus. Ob doch lose nicht. Die leben mit der Scham. Weil sie zu spüren bekommen, dass sie anders sind. Wir können helfen, die Scham zu beenden. Jetzt. Mit ihrer Spende.